Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rawe und heute gehen wir mal der Frage nach, kaufe ich eigentlich auch Optionen und wenn ja, welche? Die Antwort jetzt im Video. Ihr wisst es ja, normalerweise vertreten wir hier der Meinung, dass der Verkauf Optionen langfristig betrachtet lukrativer ist als der Kauf von Optionen. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass es auch hin und wieder mal Sinn macht, Optionen zu kaufen und jetzt gibt es ja grundsätzlich, wenn man Optionen kauft, zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man sagen, okay, ich kaufe Call-Optionen, das heißt, ich setze auf steigende Kurse oder aber ich kaufe Put-Optionen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was machst du lieber? Kaufst du lieber Put-Optionen, also beispielsweise, um auf fallende Kurse zu setzen oder um sich abzusichern oder kaufst du lieber Call-Optionen, um auf steigende Kurse zu sichern? Dann kann ich dir ganz klar sagen, ich persönlich kaufe, wenn ich schon mal Call-Optionen oder wenn ich schon mal Optionen kaufe, in 90% der Fälle Call-Optionen. Das heißt, auf steigende Preise. Und der Grund dafür, den siehst du ja hinter mir an diesem Chart. Und zwar ist das der Chart des S&P 500. Jetzt einfach mal einen Wochenchart genommen, über die letzten zwei Jahre ungefähr und da fällt dir vielleicht etwas auf. Und zwar, wenn wir uns mal die Bewegungen anschauen, ihr wisst ja, der Markt, der geht entweder hoch oder der geht entweder runter. So, manchmal geht er auch ein bisschen seitwärts, aber entweder es geht hoch oder es geht runter. Und die Bewegungen, die könnte man ja sowohl als auch mit Optionen umsetzen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wenn ihr euch mal anschaut, diese Aufwärtsbewegungen hier, die sind relativ lang. Auch hier wieder, das ist eine relativ lange Aufwärtsbewegung. Auch hier davor, eine relativ lange Aufwärtsbewegung. Wenn wir uns dagegen anschauen, wie schnell gehen denn, wenn die Märkte mal runtergehen, wie schnell gehen sie denn runter, dann sehen wir das hier, dann sehen wir das hier. Und das sind immer sehr, sehr schnelle Bewegungen. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, okay, bei einer schnellen Bewegung geht auch schnell die Volatilität hoch. Und damit wird natürlich, wenn du Put-Optionen oder besser noch, oder vielleicht auch Put-Spreads gekauft hast, umso mehr profitierst du davon. Weil ansteigende Volatilität lässt natürlich auch den Preis der Option ansteigen. Und das stimmt erstmal grundsätzlich. Mein Problem dabei ist aber, dass wenn es nach unten geht, muss das Timing ziemlich gut sein. Das heißt also, du hast einen Markt und der bricht jetzt nach unten ein. So, und dann geht es sehr, sehr schnell nach unten. Also wir sehen, Abwärtsbewegungen sind immer schneller als Aufwärtsbewegungen. Das ist logisch. Du kommst auch schwerer eine Treppe nach oben als eine Treppe nach unten. Rollmal, ihr kennt diese Geschichte, wo der eine immer diesen Stein, ich glaube, wie heißt der, schreibt mir das mal rein. Wie heißt der, der immer den Stein auf den Berg rollen, hochrollen muss, dann rollt es wieder runter, dann muss er wieder hochrollen. Es geht viel langsamer nach oben, als es dann nach unten geht. So, und das bedeutet, du musst, wenn du einen Put kaufst, viel, viel besser im Timing sein. Das heißt also, du musst den Punkt, wo du sagst, okay, hier gehe ich irgendwann short und hier decke ich auch mal wieder ein. Das musst du viel präziser timen, als wenn du beispielsweise sagst, der macht hier ein neues hoch, ich gehe hier irgendwo halt long, kauf von mir aus Call-Optionen. Und naja, und dann habe ich eben eine gewisse Zeit, um davon auch zu profitieren. Bedeutet also, ich habe es leichter, auf steigende Kurse zu setzen mit einer gekauften Call-Option oder mit einem Call-Spread, als auf fallende Preise zu setzen. Und wie gesagt, das Argument, was jetzt vielleicht der eine oder andere bringen wird, aber runter zu, lohnt es sich ja mehr, weil dann die Optionen hier in der Regel sehr, sehr günstig sind. Wir sind lange nach oben gegangen, die Volatilität ist unten, jetzt sind die Optionen günstig, dann geht es nach unten. Das heißt, der Preis arbeitet für mich und die ansteigende Volatilität als Käufer von Optionen arbeitet auch für mich. Die ist vollkommen korrekt. Mein Problem, und ich glaube auch das Problem, was viele andere haben, ist aber eben dieses genaue Timing hinzubekommen. Und da meine ich noch nicht mal so genau das Timing beim Einstieg, sondern das Timing beim Ausstieg. Das heißt also, das erfordert, dass du wirklich permanent dabei bist, dass du am Markt bist. Und ich denke mal, die meisten von euch, die hier zuschauen, sind ja auch eher Händler, die das Ganze neben ihrem eigentlichen Beruf machen. Also das sind jetzt keine professionellen Händler. Und ihr müsst euch einfach überlegen, auch wenn ihr mal eure Zeitressourcen betrachtet, habt ihr wirklich die Zeit, immer am Markt zu sein? Habt ihr die Möglichkeit, immer dabei zu sein? Wenn wir uns mal anschauen, jetzt zwischen den Weihnachtsfeiertagen, Ende 2018, gab es wahnsinnig starke Bewegungen nach unten. Die Frage ist, wer saß zu diesem Zeitpunkt am Rechner? Und jetzt ist es natürlich schön, wenn dann Profis sagen, hey, das war eine tolle Zeit und habe ich viel Geld verdient und so. Aber das ist ja nichts. Das ist ja kein Konzept für die Masse. Und wenn ich also jetzt sage, okay, was möchte ich machen? Dann möchte ich sagen, ich möchte Dinge handeln, die für mich umsetzbar sind. Also mir nützt eine Strategie nichts, die funktioniert, die ich aber persönlich aus welchen Gründen auch immer nicht umsetzen kann. Und deswegen kaufe ich Optionen, ja, auf jeden Fall. Auch wenn wir mehrheitlich Optionsverkäufer sind, aber wir kaufen auch in Bullenmärkten Optionen. Und wenn ich Optionen kaufe, dann kaufe ich am liebsten Call-Optionen, respektive Bullen-Call-Spreads. Warum Spreads übrigens, wenn man Optionen kauft, viel besser sind als einzeln gekaufte Optionen, Das werde ich euch in einem der nächsten Videos mal zeigen. Ich will es jetzt hier auch gar nicht viel länger ausbauen. Schreibt mir ganz einfach mal eure Meinung rein, wie ihr das seht. Also kauft ihr auch manchmal Optionen, wenn ja, eher auf steigende oder eher auf fallende Kurse und begründet mir das Ganze mal. Wir hatten jetzt die letzten Tage hier ein Starterseminar in der Akademie, ausgebucht, 18 Teilnehmer, ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und mir ist aufgefallen, dass wirklich über viele Grundkonzepte an der Börse, sage ich mal, Mangelwissen herrscht. Also dass viele grundsätzliche Dinge nicht verstehen und dass so etwas ganz Simples, dass man sagt, ja, okay, eine Aufwärtsbewegung dauert länger als eine Abwärtsbewegung. Es geht viel schneller. Und deswegen, was ist denn für mich als Privatmann viel einfacher umzusetzen? Das ist vielen nicht so klar. Jeder weiß das. Also da überraschst du niemanden mehr, wenn ich sage, hey, es geht viel schneller runter als hoch. Aber was das für Auswirkungen hat für den Handel, das wissen eben viele nicht. Und wir konnten in den drei Tagen da auch ganz, ganz viele Dinge klären. Und deswegen, wenn dich das Ganze interessiert, Link zur Akademie ist hier unten drunter. Schaut ihr das Ganze mal an. So, ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich bin vor allen Dingen bespannt auf eure Erfahrungsberichte. Also jetzt nicht, hier schreiben ja auch immer viel die Theoretiker in die Kommentare, okay. Man aufruft an die Praktiker, die, die ihr wirklich im Markt seid. Schreibt mir mal. Kauft ihr Optionen, wenn ja, eher Calls, eher Putz, eher nackt oder eher als Spread? Und was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Das war's für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Tschüss, servus, macht's gut.